Vielen Dank. Ich bin ein Neurowissenschaftler und habe vor meinen Kollegen in der Regel gesprochen, in meinen öffentlichen Reden. Und es ist immer eine Herausforderung, vor einer Zuhörerschaft zu sprechen, die so unterschiedlich zusammengesetzt ist wie diese. Und als ich zustimmte, diesen Vortrag zu halten, hatte ich dann tatsächlich kurz danach das Gefühl, weshalb habe ich das wohl gemacht? Ich denke, ich hing selber irgendwo fest zwischen dem Handeln und dem Unterlassen. Mein Vortrag wird natürlich auch ein wenig auf die wissenschaftliche Seite meiner Arbeit eingehen und ich werde versuchen, das alles so einfach wie möglich zu erläutern. Und ich möchte mein Thema im Kontext nicht einer solchen Situation entwickeln. Das ist vielleicht ein prototypisches Beispiel für ein Gefangensein zwischen der Handlung, der heißen Leidenschaft des kochenden Blutes und einer freien Selbstbestimmung. Das ist ein berühmtes Bild, wo ein Ehemann nach Hause kommt und seine Ehefrau dabei erwischt, wie sie Dinge tut, die sie nicht tun sollte. Das heiße kochende Blut könnte Ihnen nun dazu bringen, das Schwert in die Hand zu nehmen und dem Herrn den Kopf abzuschlagen, aber eine rationalere Herangehensweise würde ihm wahrscheinlich eher nahe legen, sich erst einmal zurückzuhalten. Das Nichthandeln ist das Angeratenere. Das ist ein anderes Bild und zwar stellt das ein berühmtes philosophisches Dilemma dar. Hier fährt ein Zug über die Schienen und auf diesen Schienen sind fünf Personen festgebunden. Und das ist jetzt der Knackpunkt. Sie stehen hier, Sie haben einen weichen Hebel in der Hand und Sie wissen, dass wenn Sie diese Weiche umlegen, der Zug von diesem Gleis und damit vom sicheren Tod von fünf Personen ausweichen würde auf ein anderes Gleis und damit den sicheren Tod einer Person herbeiführen würde. Würden Sie diesen Hebel nun umlegen, um fünf Menschen zu retten und einen dafür zu opfern? Wenn Sie nun Ja sagen, wie steht es dann um dieses Szenario? Hier haben wir es nun mit einem Szenario zu tun, bei dem der Zug immer näher kommt und diese fünf Menschen zu überrollen droht. Und Sie können den Zug nur stoppen, indem Sie etwas von oben auf die Gleise werfen und das wäre diese sehr beleibte Person. Würden Sie diesen dicken Herrn runterschubsen? Die meisten Menschen würden im oberen Beispiel Ja sagen, im unteren Nein. Aber das Ergebnis ist letztlich das gleiche. Eine Person stirbt, um fünf dann am Überleben zu halten. Bei dieser Person hier unten würden wir eine größere moralische Schuld feststellen, wenn er die Person auf das Gleis schubst, als bei dem Herrn im oberen Bild, der einen weichen Hebel umstellen würde, obwohl das Ergebnis das gleiche wäre. Handeln und unterlassen sind also sehr viel komplexer als wir glauben. Aber als Ausgangspunkt möchte ich mich jetzt noch einmal einem Stück Literatur zuwenden. Dies ist ein Buch, geschrieben von Joseph Conrad und das Buch heißt Lord Jim. Viele von Ihnen kennen dieses Buch vielleicht und es gibt eine berühmte Szene in diesem Buch, die, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, mich sehr gefesselt hat. Jim, der sich als Handelssegler eingeschrieben hat, will von Indien nach Saudi-Arabien reisen und er möchte 500 Pilger mit auf die Hajj, auf die heiselige Reise nach Mekka mitnehmen. Und sie sind alle im Schiff untergebracht und das Schiff heißt Patina. Der größte Teil der Crew sind Europäer. Es gibt ein paar Malayan, die im Maschinenraum arbeiten, aber für den größten Teil ist die gesamte Schiffsbesatzung europäisch. Bei der Überquerung des Roten Meeres ist dieses sehr alte und sehr baufällige Schiff dann plötzlich etwas gegen gefahren und schlägt leck und beginnt zu singen. Die Crew, der Kapitän und andere Mitglieder der Mannschaft lassen nun das eine Rettungsboot zu Wasser und wollen flüchten. Und das ist ehrlich gesagt auch an ein wahres Geschehnis angelehnt. Lord Jim, der in Großbritannien groß geworden ist, wollte aber eben die moralischen Standards der viktorianischen Zeit in Großbritannien nutzen für sich und fühlt sich abgestoßen. Und er ruft nach jemandem, der George heißt, einer der Freunde, die also mit ins Boot springen sollten. Und er selbst stellt für sich fest, dass er in einem Dilemma gefangen ist. Wenn er in Sicherheit springt, dann ist er zwar sicher, aber in einer schlimmen Situation. Und wenn er auf dem Schiff bleibt, dann wird er wahrscheinlich mit den Muslims unter Deck untergehen. Und vor allem werden sie auch feststellen, dass die Mannschaft sie im Stich gelassen hat. Und er wird dann entsprechend dieser Wut ausgesetzt sein. Das Schiff ist übrigens nicht untergegangen und es gab ein Gerichtsverfahren. Und die Pilger konnten diese Geschichte später dann zum Besten geben. Und die Schiffsmannschaft wurde verhaftet und auch vor Gericht gebracht. Lord Jim macht nun also seine Aussage. Er sagte, 800 Personen waren auf dem Boot, 800 Seelen, und sie schrien nach dem einen, der gestorben ist, George, der ist tatsächlich gestorben. Sie, also George wurde immer wieder zugerufen, spring, George, spring. Ich selbst war aber leise. Es war fast schon pechschwarze Nacht und man konnte kaum etwas sehen. Und ich hörte immer ein Klopfgeräusch gegen das Boot schlagen. Und das Schiff unter mir war voll von Stimmengewirr. Und der Skipper rief auf einmal, oh mein Gott, oh mein Gott, stoßt euch ab. Und mit dem ersten Regen und mit dem ersten Windstoß schrien alle, George, spring, wir fangen dich auf. Und das Schiff begann langsam abzusinken. Der Regen schwappte über das Schiff wie das Meer. Und ich selbst fühlte mich, als stünde ich oben auf einem Turm, während die Rufe von unten zu mir heraufschalten, George, spring, spring. Und es sah so aus, als wäre er gesprungen. Ich wusste es allerdings nicht, bis ich selbst hinaufschaute, erklärte George später. Es gab kein Zurück. Es war, als sei ich in einen Brunnen gesprungen, in ein Loch, das keinen Boden hatte. In dieser Geschichte gibt es nun drei Elemente, die eine Herausforderung darstellen für das Konzept des Unterlassens. Und ich möchte die einzelnen Elemente auch einzeln behandeln. Zunächst einmal die Konformität. Was ist hier der Referenzpunkt? Sind das die Aktivitäten ihrer Mite-Europäer oder wollen sie eher konform geben mit dem, was das humanistischste wäre, nämlich um jeden Preis mit den Passagieren an Bord zu bleiben? Und auch hier gibt es moderne Vergleiche, beispielsweise zur Frage, was beim fairen Unglück in Südkorea geschehen ist oder auch vor der Küste Italiens. Dann das sogenannte Framing, also die Einbettung des Problems in die eigene Wahrnehmung. George hat in seinem Geiste vor sich gesehen, dass er, wenn er springt, natürlich im Rettungsboot sein wird, er sich abstoßen kann und erst dann gerettet würde. Aber er hat auch die Fantasie, dass er an Bord bliebe und dann die Pilger feststellen würden, dass die Crew das Boot verlassen haben, dass er dann wegen der Wut dieser Pilger wohl ums Leben kommen würde, weil sie ihn umbringen würden. Das heißt also, das Framing beeinflusst hier auch das Verhalten. Und dann gibt es noch die grundlegende Vorstellung der menschlichen Fairness. Und das ist ein sehr komplexer Punkt. Und ich möchte darauf zu sprechen kommen, ob es überhaupt Hinweise auf eine solche grundlegende menschliche Fairness gibt und wie sich dieser Punkt auf Handeln oder Unterlassen auswirken kann. Wenn wir nun noch einmal zur Konformität zurückkehren. Eine sehr einfache Definition der Konformität wäre, dass wir eine Neigung haben, mit der Mehrheit im Einklang zu handeln. Wissenschaftlicher gesagt würde das bedeuten, dass wir eine Disposition dazu haben, innerhalb der Gruppenvarianz möglichst nicht aufzufallen und die Abgrenzung zu anderen Gruppen möglichst groß zu machen. Konformität ist ein sehr mächtiges Phänomen, denn wir sehen es tatsächlich in unserem alltäglichen Leben, wie sich Menschen anziehen, wie Teenager sich anziehen. Wir sehen es aber auch auf Staatsebene, wo Menschen sich konform verhalten, auch wenn es sehr absurd erscheint. Wie beispielsweise hier. Sie klatschen und wenn sie dann hier nicht laut genug klatschen, dann könnte das für sie in diesem rechten Bild den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Die Konformität ist dabei auch adaptiv in vielerlei Hinsicht. Kann also angepasst werden, wie beispielsweise in Nordkorea zum Zwecke des Überlebens. Aber auch aus der individualistischen Perspektive. Hier sagte Kennedy, dass Konformität der Gefängniswärter, der Freiheit und der Feind des Wachstums ist. Es gibt also hier verschiedene Komponenten der Konformität. Einmal gibt es die Norm, der Masse zu folgen. Das ist eine normative Kraft. Aber es gibt einen weiteren Aspekt an der Konformität und das nenne ich den informationellen Aspekt. Manchmal ist es nützlich, der Masse zu folgen, weil Zehnköpfe besser funktionieren, wenn es darum geht, eine Situation zu bewerten als Einkopf. Ganz besonders, wenn man selbst unsicher ist. Konformität als Konzept ist also nicht monolithisch. Man kann wenigstens zwei Komponenten identifizieren. Die normative und die informationelle. Jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel anbieten. Ein sehr berühmtes Beispiel der Konformität und ihrer Macht. Das sind vielleicht die zwei berühmtesten Experimente aus dem gesamten Feld der Psychologie. Das heißt das Aschexperiment. Es wurde in den 50er Jahren in den Vereinigten Staaten durchgeführt und zwar von diesem Herrn. Asch. Deswegen heißt es eben auch das Asch-Experiment. Hier ging es darum, dass eine Gruppe von Personen in ein Labor kam und dass ihnen eine sehr einfache Aufgabe gestellt wurde. Das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Die Aufgabe war, sich eine standardisierte Linie anzuschauen und dann Vergleichslinien anzuschauen. Und die Aufgabe der Versuchssubjekte bestand nun darin, die Standardlinie mit einer der Vergleichslinien in Übereinklang zu bringen. Und Sie werden alle mit mir übereinstimmen, wenn ich jetzt sage, dass die Standardlinie hier A entspricht. Das haben Sie auf jeden Fall in dem Experiment getan. Und so ist das Experiment dann ausgegangen. Man hatte Asch, der das Experiment durchführte. Man hatte die Subjekte, die teilnahmen. Aber unterm Strich war es tatsächlich so, dass nur einer der Versuchsteilnehmer wirkliche Versuchsteilnehmer war und die anderen waren Verbündete von Asch. Und in bestimmten Versuchsanordnungen haben dann diese anderen Teilnehmer beispielsweise laut von sich gegeben, dass die Vergleichslinie mit der Linie C übereinstimmen würde. Sie würden jetzt denken, das ist doch absurd. Aber das hatte tatsächlich eine Auswirkung auf die Beurteilung durch den Versuchsteilnehmer. Das ist sehr überraschend gewesen. Es ist fast so, als wenn Sie sagen, schwarz ist weiß und Ihr Versuchsteilnehmer sagt dann, ja, ist weiß. Das sind die Zahlen der Fehler, die die Personen durchführen. Wenn Sie diese Aufgabe selbst alleine durchführen, dann werden Sie keinen Fehler machen. Es sei denn, Sie fallen gerade in einen Tiefschlaf oder wachen gerade erst auf. Aber ansonsten werden Sie immer 100 Prozent richtige Antworten geben. Aber mit der Zahl derjenigen, die etwas anderes behaupten, desto größer ist auch die Zahl der Fehler geworden. Und zwar dramatisch. So, dass Menschen tatsächlich dazu gebracht werden konnten, in 40 Prozent der Fälle die falsche Antwort zu geben. Und dieser Effekt ist eine Auswirkung von sozialen Normen und der Macht der Konformität. Das ist also eine ganz einfache Art und Weise dargestellt, wie eine Wahrnehmungsentscheidung beeinflusst werden kann. Hier gab es also Menschen, die tatsächlich sich nach der Mehrheit einfach nur gerichtet haben. Ein vielleicht interessanteres und auch dramatischeres Experiment ist eines, das ich selbst mit Kollegen vor einigen Jahren in Israel durchgeführt habe, respektive mit Kollegen aus Israel. Und hier ging es um das Gedächtnis. Und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen gerade für den Bereich der Rechtsprechung. Hinsichtlich der Frage, wie nämlich die Aussagen von Augenzeugen zu bewerten sind. Das war das Experiment. Den Versuchspersonen wurde ein Video von einem Happening vorgeführt. Also eine gewisse Szene spielte sich ab. Es gab ein Kind, das dort aus dem Bild entfernt worden ist und so weiter. Es gab ein ganzes Szenario. Nach dem Anschauen dieses Videos wurden dann Fragen an die Versuchspersonen gestellt. Sie wurden befragt bezüglich einzelner Elemente des Videos. Und die meisten Befragten haben dann auch entsprechend korrekte Berichte zu den einzelnen Elementen im Video abgegeben. Am dritten Tag sind sie dann wieder ins Labor eingeladen worden und wurden die gleichen Fragen wurden ihnen noch einmal gestellt. Wir wussten also, woran sich die Personen ursprünglich erinnert hatten. Aber immer wieder mal wurden vier Personen die Erlaubnis gegeben, eine andere Antwort zu geben als die in der Vergangenheit gegeben. Und die Frage für uns war, ob das auch Auswirkungen auf die eigene Erinnerung der Personen haben würde. Und dramatischerweise ist es so. Das ist die Zahl der Fehler. Das sind hier die Zahl der Fehler, die sie machen würden ohne irgendeine Art von Manipulation am zweiten Tag. Das ist mit der Manipulation, wo sie dann also die Aussagen der anderen Versuchsteilnehmer gehört haben. Dadurch ist die Fehlerspanne dramatisch in die Höhe geschnellt. Bis zu 60% an Falschaussagen, wo vorher nur ungefähr 10% an Fehlern gemacht worden sind. Hier gibt es noch einen weiteren Aspekt an dem Experiment. Wir haben dann die Versuchsperson gebeten, ein paar Tage später wieder zu kommen. Und wir haben ihnen gesagt, das letzte Mal, dass sie im Labor waren, haben ehrlich gesagt viele hier als Teil des Experiments mitgewirkt. Und sie sollten ihnen auf gar keinen Fall trauen. Das, was sie aussagen, ist nicht verlässlich. Und natürlich hat sich dann die Erinnerung entsprechend verbessert bei den Befragten, aber nicht vollständig. Es gab immer noch eine hohe Fehlerquote. Denn wenn es sich vollständig erholt hätte, das Gedächtnis und die eigenen Erinnerungen, dann hätten die wenigstens dem zweiten Tag ohne Manipulation entsprechen müssen. Das heißt, es gab hier einen andauernden Effekt. Und das führt uns zu den Elementen, über die ich schon gesprochen habe. Eins ist das konformistische Element, was diesen dramatischen Effekt gezeitigt hat. Aber darunter zugrunde liegend gibt es auch ein informationelles Element. Die Versuchsteilnehmer haben die Ansichten anderer für sich verwendet, um einen Gedächtnisinhalt zu konstruieren. Und deswegen ist auch tatsächlich die Fehlerquote nicht so weit gesunken, wie man es am dritten Tag hätte erwarten können. Konformität stellt also hier ein Problem dar. Sowohl für das Handeln, als auch für das Unterlassen. Das letzte Experiment, was ich zur Frage der Konformität noch vorstellen wollte, ist vielleicht das berühmteste, aber auch berüchtigste Experiment, das jemals durchgeführt wurde. Wer hat von Ihnen noch nie vom Milgram-Experiment gehört? Haben Sie alle wenigstens davon gehört? Wer hat noch nie etwas davon gehört? Noch nichts davon gehört? In Ordnung. Das heißt, ich predige hier nicht vor den Bekehrten. Das ist also ein berüchtigtes Experiment im Jahre 1963 an der Yale-Universität durchgeführt. Und das ist ein weiteres und auch sehr viel verstörenderes Beispiel für Konformismus. Verstörend aus einer Reihe von Gründen. Zum einen scheint es darauf zu weisen, dass die menschliche Natur sehr beeinflussbar ist. Und das auch bei nicht wohlwollender Motivation. Milgram war Psychologe und er hat Versuchsteilnehmer eingeladen, um einem Experiment teilzunehmen. Die Herausforderung besteht darin, dass dieses Experiment gegen diesen moralischen Imperativ zu stehen scheint. Und dass man nämlich einer hilflosen Person, die sie nicht bedroht oder ihnen Schaden zufügen kann, keine Leiden zufügen sollten. Er hat eine folgende Anzeige in einer lokalen Zeitung geschaltet und auch auf dem Campus gesagt, er sucht halt nach diesen Berufsgruppen, Vertriebsmitarbeiter oder auch Arbeiter oder andere Berufsgruppen, ob sie an einem Gedächtnistest mitmachen möchten. Und zwar ging es hier um die Auswirkung von Bestrafungen hinsichtlich der Erfolgsquote beim Lernen. Und das wurde so dargestellt, als ob dieses Experiment also diese Einsichten befördern könnte. Das Experiment hatte die folgende Struktur. Es gab drei Personen. Es gab den Lehrer. Das ist also die Person, die eigentlich untersucht wurde. Dann gab es das Subjekt des Experiments und dann gab es noch den Chef des Labors. Und der trug immer einen grauen Laborkittel. Das Subjekt des Experiments, was also vermeintlich getestet worden würde, war ein freundlicher Mittelalter menschirischer Abstammung. Und das waren hier die Versuchsteilnehmer, die eingeladen worden sind. Es gab also hier letztendlich den Lehrer und denjenigen, der Versuchsgegenstand war. Und es schien so, als wäre das zufällig zugeordnet. Es war natürlich alles vorbereitet. Dieser irischstämmige Herr war ein Mitarbeiter des Chefs des Labors und der sogenannte Lehrer war eigentlicher Versuchsgegenstand. Als nächstes wurde also diese Person, die da es augenscheinlich zu untersuchen galt, wurde auf einen Stuhl gesetzt und dann wurde ihnen ein Armband umgelegt, mit dem Elektroschocks verpasst werden konnten. Und dann wurde gesagt, hier wird jetzt untersucht, ob wir durch Bestrafung besser lernen, und zwar mit Hilfe von Elektroschocks. Die Elektroschocks wurden mit Hilfe dieser Maschine verabreicht, mit Schritten von 15 Volt, die sich so erhöhten, bis hin zu 450 Volt. Also weit jenseits dessen, was erträglich ist. Und der Lehrer, der also eigentlich in dem Versuch untersucht wurde, dem wurde gesagt, dass wenn das Subjekt im Labor einen Fehler gemacht hat, eine Antwort falsch gegeben hat, dass jedes Mal 15 Volt mehr zugeschaltet werden sollten zu dem Stromstoß. Das ist also jetzt die Person, die eigentlich nur als Double da sitzt und so scheint, als ob sie Elektroschocks erhält. Das ist der Lehrer, das Objekt des Interesses, und das ist der Versuchsleiter, der Laborchef. Manchmal gab es ein wenig Widerspruch. Die drehten sich dann zum Laborleiter um und dann gab es aber Aufforderungen. Dann wurde beispielsweise die erste Aufforderung ausgesprochen, das hieß, bitte machen Sie einfach weiter. Die zweite Aufforderung heißt, Sie müssen weiter fortfahren für das Experiment. Und in der dritten Aufforderung hieß es, es ist wirklich essentiell, dass Sie weitermachen. Und selbst wenn der Versuchsmensch schon geschrien hat, dann wurde gesagt, Sie haben keine andere Wahl, Sie müssen weitermachen. Und man würde ja annehmen, dass das zu Unterlassungen führen würde. Das wäre die weiseste Entscheidung gewesen. Aber das ist eben der verstörende Aspekt an diesem Ergebnis. Das Ergebnis hat gezeigt, dass bis zu 65 Prozent der Menschen die Stromstöße bis zum Maximum ausreizten. Ganz gleich, ob die Person schrie oder nicht. Und das war natürlich verstörend. Das waren andere Experimente, wo dann also beispielsweise aus dem Kontext des Labors herausgelöst wurde und in anderen Situationen geprüft wurde. Und natürlich spielte auch der Kontext eine Rolle. Wenn also der Kontext aufgeladen war mit den Vorstellungen der Respektabilität, Autorität, dann sind die Menschen wirklich aufs Ganze gegangen, wie man so sagen kann. Dieses Experiment war also aus verständlichen Gründen zutiefst verstörend. Man könnte nun sagen, dass das, was passiert ist, dass eben die Lehrperson hier ihr gesamtes moralisches Verständnis hinter sich gelassen hätte. Ein anderes Argument ist aber so, dass man sagen könnte, dass seine Moralität sich ganz anders konzentriert. Und das geht ein bisschen zurück auf die Geschichte von Lord Jim. Das heißt, dass sie sich nicht moralisch verhalten haben hinsichtlich der Ergebnisse ihrer Handlungen, also Elektroschocks bis hin zu extremem Schmerz, eine konsequentialistische Motivation, verschiebt sich die moralische Sorge dahin, ob er dann tatsächlich den Erwartungen der Autorität entspricht. Und das ist eine konformistische Motivation. Das ist ein Argument, das man nicht nur nehmen kann, um dieses Experiment zu erläutern. Es scheint ein Argument zu sein, das auch von Menschen verwendet wird, die Dinge getan haben, die wir für tief unmoralisch halten würden. Wenigstens aus einer Perspektive. Schauen wir uns nun einmal die Person an, die die Atombombe auf Hiroshima geworfen hat. Er ist vor ungefähr fünf Jahren gestorben, aber er ist ja oft interviewt worden und als er gefragt wurde, ob er jemals ein schlechtes Gefühl hatte, deswegen, was er getan hat, hat er gesagt, er hat nie eine Nacht Schlaf darüber verloren. Das war seine Pflicht. Er hat also den Erwartungen derer entsprochen, die die Autorität über ihn hatten. Und vielleicht erinnern Sie sich auch, dass ein koreanisches Flugzeug in den 1980er Jahren von einem sowjetischen Piloten heruntergeschossen wurde. Dieser sowjetische Pilot, da habe ich ein Interview auf YouTube gesehen, er wurde auch gefragt, ob er jemals eine schlaflose Nacht deswegen verbracht hat. Er sagte, niemals. Er hat seine Pflicht getan und er hatte den Eindruck, er hat seine Pflicht gut getan. Und das ist tatsächlich eine gebräuchliche Art, Dinge zu betrachten, die aus einer Perspektive durchaus als zutiefst unmoralisch angesehen könnten. Sie erklären das aber eben mit der Verschiebung ihres moralischen Fokus. Und man möchte nun meinen, dass diese Art von Experimenten nun tatsächlich in der Vergangenheit geblieben sind, wie das bei vielen Experimenten in der Psychologie der Fall war. Aber das ist heute tatsächlich in einer anderen Form immer noch zu beobachten. Freunde von mir haben beispielsweise gesagt, dass solche Experimente im Augenblick im Fernsehen repliziert werden. Und das scheint dann tatsächlich auch so zu sein. Der nächste Motiv ist das des Framing, der situationellen Einbettung. Das kann man also grob so beschreiben, wie die Evalenz, das heißt also, ob Ergebnisse, also Belohnung oder Schmerz, tatsächlich Handlungen oder Unterlassen vorab beeinflussen. Und ich kann das demonstrieren, wenn ich sie jetzt alle in ein Experiment einbinde. Aber keine Sorge, niemand von Ihnen wird einen Elektroschock erhalten. Lassen Sie uns nun einmal annehmen, ich gebe Ihnen eine Wahl. Ich habe Ihnen 50 Euro gegeben. Sie können 20 von diesen Euros behalten oder Sie können damit wetten oder spielen. Wenn dieses sich drehende Rad hier im grünen Bereich endet, dann kriegen Sie die gesamte Summe und können mit 50 Euro nach Hause gehen. Wenn es im roten Bereich anhält, unser Drehrad, dann verlieren Sie alles. Das ist also unser Spiel. Wie viele von Ihnen würden nun einfach sich mit den 20 Euro zufrieden geben? Viele Wirtschaftsleute hier offensichtlich. Wie viele von Ihnen würden spielen? Interessant. Bitte behalten Sie das erst mal im Kopf. Jetzt möchte ich Ihnen ein anderes Spiel vorschlagen. Sie haben immer noch diese 50 Euro, aber ich habe das Spiel ein wenig verändert. Ich würde sagen, Sie verlieren 30 Euro oder Sie können dieses Spiel machen. Wer würde jetzt spielen? Und wer würde lieber den sicheren Verlust von 30 Euro auf sich nehmen? Natürlich sind beide diese Ansätze gleichwertig. Ich habe lediglich die Einrahmung sozusagen, die Einbettung verendet. Denn 20 behalten zu dürfen, entspricht in diesem Spiel genau dem Verlust von 30 Euro. Und dieses Spiel ist hinsichtlich des erwarteten mathematischen Wertes genau dasselbe wie das erste Spiel. Wenn Sie wirklich nur auf das Ergebnis schauen, dann sollten Sie sich in beiden Fällen gleich entschieden haben. Das ist aber das traditionelle Verhalten, das wir bei den Versuchsteilnehmern feststellen. Wenn ich diese Option vorstelle, dann ist der Anzahl der Versuchspersonen, die spielen würden, geringer als wenn ich es alles als einen möglichen Verlust darstelle. Das heißt, wenn ich es darstelle als Möglichkeit etwas zu behalten oder etwas zu verlieren, auch wenn die Gesamtsituation unverändert ist, dann fühlen sich die Leute eher durch die sichere Option angesprochen. Sie können nun also erkennen, weshalb viele Menschen sehr detailliert darauf bestehen, wie bestimmte Referenten formuliert sind. Und weitere politische Anspielungen werde ich mir an dieser Stelle dann sparen. Ein weiteres Beispiel. Und das ist wiederum nicht nur ein Phänomen, das im Labor zu beobachten ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind Regierungschef und es gibt hier eine hochinfektiöse Virusinfektion und es wird erwartet, dass 6000 Menschen sterben werden. Und zwei alternative Programme zur Bekämpfung dieser Erkrankung werden vorgeschlagen. Und die wissenschaftlichen Berechnungen der möglichen Ergebnisse sind die Folgen. Sie haben jetzt die Wahl zwischen zwei Programmen, Programm A und Programm B. Von einer Gruppe von 6000 Personen werden im Programm A 2000 Personen gerettet. Im Programm B gibt es eine Wahrscheinlichkeit von einem Drittel, dass 6000 Menschen gerettet werden und eine zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass niemand gerettet wird. Sie sind nun der Gesundheitsminister in diesem Land und müssen die Entscheidung treffen. Hoffen wir, dass Sie ausgefeilt denken können. Oder ein anderes Szenario. Sie kriegen die folgende Wahl vorgestellt von einer Gruppe von 6000 Personen. Programm C, hier heißt es, 4000 Menschen werden sterben. Programm D, hier heißt es, es gibt eine ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass niemand stirbt und eine zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass 6000 Menschen sterben. Programm B. Dieses ist ein Szenario, dass Daniel Kahnemann, der den Wirtschaftsnobelpreis, ich glaube 2002 gewonnen hat, eine Reihe von wohlgebildeten Menschen vorgestellt hat, Doktoren. Und er hat Folgendes herausgefunden. 72 Prozent bevorzugten Programm A, nur 28 Prozent entschieden sich für Programm B. In der zweiten Teilnehmergruppe haben sich 78 Prozent für Programm D und 22 Prozent für Programm C entschieden. Diejenigen von Ihnen, die gut aufgepasst haben, werden wissen, dass A und C identisch sind wie auch B und D. Was wir hier vor uns haben, ist eine Umkehr der Präferenz. Das heißt, dass die Wahl der Menschen, von denen Sie ausgehen, dass Sie sie nach gründlicher Überlegung getan haben, dass diese Entscheidungen eigentlich sehr irrational sind, weil wir eine komplette Umkehrung der Präferenzen erlebt haben. Das ist nicht trivial und das können wir durchgängig so beweisen. Und das stellt natürlich ein Problem für auch das Unterlassen dar. Denn je nachdem, wie die Konsequenzen von Handeln oder Unterlassen geframed sind und ob sie gut oder schlecht dargestellt werden, haben sie entsprechend eine Auswirkung auf Ihre Disposition zu handeln oder zu unterlassen. Ich möchte kurz erläutern, weshalb das der Fall ist. Das ist tatsächlich eine Reflexion dessen, was unterhalb der Schwelle des bewussten Handelns geschieht. Das ist sozusagen fester Bestandteil unseres evolutionär gebildeten Systems. Und das ist jetzt ein Experiment, das mit einer Gruppe von sehr intelligenten Menschen an der UCL-Universität durchgeführt wurde. Und hier wurden die Menschen gebeten, ganz einfache Entscheidungen zu treffen. Ihnen wurde gesagt, dass immer, wenn Sie die Farbe gelb sehen, dass Sie eine Go-Aktion machen können. Das heißt, Sie können einen Hebel umlegen, Sie kriegen eine Belohnung. Wenn Sie diese Farbe sehen, dann machen Sie gar nichts. Also handeln, unterlassen. Das Ergebnis ist das gleiche für beide. Sie kriegen dann also auch eine Belohnung. Wenn Sie das Orangene sehen, sagen Sie, ich mache gar nichts. Und hier im Bereich der Verluste. Wenn Sie diese Farbe sehen, dann müssen Sie Go, also eine Aktion durchführen. Und wenn es diese etwas lilane Farbe gibt, dann müssen Sie gelernt haben, nichts zu tun. Und das Experiment dreht sich hier rum. Sie werden also solche Formen vorgeführt bekommen. Und Sie müssen lernen, zu handeln, um eine Belohnung zu erhalten oder nicht zu handeln, um Belohnung zu erhalten oder aber zu handeln oder nicht zu handeln, um nicht bestraft zu werden. Das sind also die vier Komponenten. Jetzt schauen wir uns einmal an, wie die Personen gelernt haben, aktiv zu werden, um eine Belohnung zu kriegen. Nach ein paar Versuchen sind fast alle, fast 100 Prozent in der Lage, das zu machen. Also zu handeln, um belohnt zu werden, ist sehr einfach erlernbar. Jetzt schauen wir uns aber mal die Situation an, wo unterlassen werden muss, um belohnt zu werden. Da sind die Menschen komplett hilflos. Es sollte eigentlich das Spiegelbild dieser Darstellung sein, aber die Kurve sinkt ab bis hier runter. Die Menschen sind einfach vollständig hilflos. Wenn wir die Menschen nun auffordern, eine Unterlassung zu machen, um nicht bestraft zu werden, dann lernen sie das sehr schnell. Aber wenn wir ihnen beibringen wollen, dass sie handeln müssen, um eine Bestrafung zu vermeiden, dann sind sie wieder hilflos, hoffnungslos verloren. Das heißt also, unsere Neigung zu handeln oder zu unterlassen, ist bedingt durch das zu erwartende Ergebnis. Das ist hier eine grafische Darstellung. Das, was am wichtigsten ist, sind hier die mittleren beiden Balken gewesen. Um das kurzer zu machen, können wir das auch nachstellen mit Computermodellen. Und das Kernelement dieses Modells, das eben genau diese Verhaltensweisen auch aufnimmt, ist dann komplett, wenn wir eine pavlovsche Vorbelastung einbauen, pavlovschen Bias. Unser evolutionales Erbe hat uns also einen solchen Bias mitgegeben, ein solches Vorurteil, dass wenn etwas Negatives zu erwarten ist, dass wir nicht handeln, dass wir unterlassen. Wenn es ein mögliches positives Ergebnis zu erwarten gibt, dann sind wir eher geneigt zu handeln. Und wenn diese Komponenten in Konflikt miteinander geraten, dann sind wir in echten Problemen. Und das erläutert den Framing-Effekt bei den Experimenten, aber auch bei Kahnemann. Er hatte dafür keine Erläuterung, aber das ist tatsächlich eine biologisch verwurzelte Erläuterung. Wenn wir jetzt noch einmal zurückdenken an Low Jim. Er hatte tatsächlich das Problem, dass die Belohnung der Sicherheit, wenn er das Schiff verlässt, ihn lockte. Aber in seinem Geiste spielte er schon durch, was passieren würde, wenn er diese Handlung unterließe und auf dem Schiff bliebe. Es wäre wohl seine Pflicht, aber er müsste auch fürchterliches durchleiden. Und das sind andere Experimente, die auch bis hin runter zu Beuteltieren gemacht worden sind und die zeigen, dass diese Art von Bias entlang der Evolutionskette aufzufinden ist. Zum Schluss meines Vortrages möchte ich noch einmal auf die Frage der Motivation durch Fairness eingehen. Das ist ja durchaus ein schweres Motiv, wenn es um Unterlassen geht. Ich möchte aber über den Kontext von zwei jüngeren Experimenten sprechen. Eins ist gerade veröffentlicht worden, National Review of Academic Science, und das andere läuft gerade durch den Review-Prozess. Das sind zwei interessante Experimente, die auch auf Milgram zurückgehen. Wir wollten in diesen Experimenten Folgendes machen. Wir haben ein Gut einführen wollen, das man auch konsumieren können, was nicht abstrakt ist. Ein Gut, was man im Labor aber verbrauchen kann, beziehungsweise nutzen kann, da spielt also Geld keine Rolle. Aber man kann den Menschen natürlich ganz milde Elektroschocks verabreichen, mit der Einwilligung der Versuchsteilnehmer selbstverständlich. Und Schmerz kann also gleich vor Ort erfahren werden. Und deswegen ist es ein sehr mächtiges Instrument. Dieses Experiment, von dem ich gerade sprach, geht auch auf diesen Herrn zurück. Die Theorie der moralischen Sentimente von Adam Smith. Er sagte, damit ein Einzelner seinen Vorteil durch den Verlust oder den Nachteil eines anderen befördert, geht stärker gegen die Natur als Tod, als Armut, als Schmerz, als all das Unglück, das den Menschen befallen kann. Und das ist natürlich auch etwas, das eigentlich den Ergebnissen des Milgram-Experimentes entgegenspricht. Eines der Ergebnisse war eben die Vorstellung, dass wir grundlegend eigentlich eine Neigung zur Grausamkeit haben. Und in diesem Experiment versuchen wir, das noch einmal gründlicher zu überprüfen. Um diese Experimente durchzuführen, haben wir ein klassisches Wirtschaftsspiel genommen. Das ist ein ganz einfaches Spiel, wie viele von diesen Wirtschaftsspielen. Es heißt, das Diktator-Spiel. Das bedeutet, dass Player 1 Geld kriegt und dann die Wahl hat, entweder alles zu behalten und nichts an den zweiten Spieler abzugeben oder aber er kann einiges von diesem Geld an den zweiten Spieler abgeben. Und das ist auch schon alles. Es gibt keine Vorzüge, keine Nachteile, die für den Spieler aus A oder B erwachsen. Und in der Wirtschaft ist es häufig so, dass der Spieler 1 immer ein gewisses Maß an Geld an Spieler 2 weitergeben wird. Und das ist natürlich ziemlich beruhigend. Einmal kann der Grund dafür sein, dass man auch um seinen Ruf bei dem anderen Versuchsteilnehmer fürchtet. Und es ist jetzt sehr wichtig, wie diese Experimente durchgeführt werden. Denn der Ruf und ob man die Person dann nachher auch wirklich treffen kann, das kann sich deutlich darauf auswirken, wie man sich verhält. Das mussten wir natürlich ausschließen. Das heißt, wir hatten hier jetzt den Diktator und hier den Empfänger, die voneinander getrennt waren. Die wurden wirklich ganz willkürlich auf ihre Rollen verteilt, die Versuchsteilnehmer. Und wir haben sichergestellt, dass die Personen jeweils sicher sein konnten, dass es eine echte andere Person gab. Und zwar durch folgendes Szenario. Einer von ihnen ist also in den Korridor heruntergekommen. Sie hatten alle gelbe Handschuhe an. Ja, also als ob man hier mit Infektionskrankheiten zu tun hätte. Und wir wollten einfach alles Mögliche verdunkeln um diese Person. Also Hautfarbe, Geschlecht und so weiter. Sie sollten nur wissen, da ist jemand anders. Und sie mussten dann mit dieser behandschuhten Hand in eine Box greifen, um dann die Kugeln zu ziehen, auf denen verzeichnet war, ob sie selbst Diktator werden oder ein Empfänger werden. Einer wird also Entscheider, einer wird Empfänger. Und das war das Setup für die beiden Experimente, die ich jetzt beschreiben möchte. Im ersten Experiment, und dies sind unterschiedliche Experimente, wie gesagt. Im ersten Experiment ist es so, dass der Entscheider oder der Diktator die einzige Person ist, die in diesem Experiment überhaupt erst einmal Geld erhält oder auch Schmerz erhalten. Sie bekommen also ein gewisses Schmerzkontingent sozusagen. Es gibt 24 mögliche Elektroschocks. Und hier an dieser Anzeige wird dann gezeigt, Sie kriegen 18 Elektroschocks und die andere Person kriegt dann sechs. In Ordnung? Das ist also unser Setup. Es gibt aber hier natürlich noch einen kleinen extra Dreh. Es gibt drei verschiedene Einbettungen für dieses Experiment. Im sogenannten Give-Frame, in der Geben-Einbettung, kann ich als Diktator über das willkürlich zugeordnete Maß an Schmerz auch noch sagen, da gibt es jetzt noch sechsmal Elektroschocks obendrauf. Im Take-Frame, wo ich etwas nehmen kann, kann ich dann entscheiden, diese sechs Elektroschocks von dem anderen auf mich zu übernehmen. Und dann gibt es den sogenannten Give-Or-Take-Frame. Da kann man geben oder nehmen. Ist das soweit hoffentlich klar. Das heißt, es gibt hier eine Drehscheibe, die erst einmal bestimmt, wie viel von 24 möglichen Elektroschocks mir zugeordnet werden. Im Give-Szenario kann ich einige abgeben. Beim Take-Szenario kann ich sehen, was die andere Versuchsperson erhält und kann einiges auf mich nehmen. Denn es ist immer diese anteilige Verteilung. Es kann immer 12-12 sein, 18-6, 6-18, immer diese sechser Schritte. Das ist jetzt der Give-Frame. Hier kann abgegeben werden. Sie sehen das. Man kann entweder sagen, das bleibt so oder ich gebe weitere sechs Schocks an die andere Person. Das ist der Take-Frame. Ich kann sagen, das bleibt so oder ich kann sechs auf mich nehmen. Oder hier habe ich natürlich dann beide Entscheidungsmöglichkeiten. Also die Zuordnung von Schmerzimpulsen. Die Frage ist nun, ob Personen überhaupt Fairness an den Tag legen werden. Wir haben das sowohl mit Geld als auch mit Schmerz durchgeführt, diesen Experimenten. Wir haben das nicht nur sadistisch aufgebaut. Auch mit Geld haben wir da operiert. Und das auch nur zum Zwecke des Vergleiches. Und wir haben Folgendes herausgefunden. Im Durchschnitt, in all den verschiedenen Szenarien und Einbettungen scheint es so zu sein, dass man irgendwo sich in der glücklichen Mitte bewegt. Das heißt, dass der Schmerz mehr oder weniger gleich verteilt wird. Bisschen selbstsüchtiger beim Geld, aber nicht wirklich signifikant. Und zwar in allen verschiedenen Einbettungen. Jetzt zu den Take-and-Give-Frames. Das ist hier das Standardangebot. Das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ich das Angebot verändere, um Schmerz von der anderen Person auf mich zu nehmen. Mit steigendem Schmerz für die andere Person steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Bestimmer dann einiges davon auf mich nehme. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich der anderen Person allerdings Schocks verpasse, wenn sie gar keine zu befürchten hat, wird auch erhöht, wenn meine Zahl entsprechend höher ist. Und das bedeutet, dass selbst wenn ich zu leiden habe, dass die meisten Menschen eine starke Disposition hin zur Fairness haben. Wir haben hier das Experiment mit dem Geld wiederholt und eigentlich sehen wir exakt die gleichen Muster. Wenn ich viel Geld kriege und sie gar nichts kriegen, dann habe ich eine Neigung, etwas davon weiterzugeben und zu verteilen. Wenn die andere Person ganz viel hat und ich gar nichts, dann habe ich eine höhere Neigung, etwas zu nehmen, wenn ich es dann kann. Und das deutet auf einen stark ausgeprägten Sinn für Fairness. Vielleicht aber nicht so stark und deutlich wie im letzten Experiment, wo wir Geld und Schmerz im gleichen Experiment anbieten. Das heißt, die Diktatoren haben Geld und sie können Geld machen. Die einzigen, die wirklich beeinflussen können, wie viel Geld sie kriegen. So geht das Experiment. Sie sehen hier Schocks für sie. Sieben Elektroschocks für zehn Euro. Oder es gibt die andere Alternative. Sie können auch sagen, zehn Schocks für 15 Euro. Das sind also Schocks für mich in diesem Beispiel. In einigen dieser Runden werde ich aber sehen, dass sie sieben Schocks für zehn Euro kriegen. Ich kriege übrigens das Geld. Sie kriegen niemals das Geld. Das heißt, ich könnte sagen, okay, oder ich habe die Alternative zu sagen, okay, sie kriegen zehn Schocks und ich kriege 15 Euro. Ich kriege die 15 Euro. Ich kann also sagen, ist mir völlig egal, wie es Ihnen damit geht. Sie kriegen Elektroschocks. Ich streiche das Geld ein. Und so läuft also das Experiment ab. Das ist nur ein ganz grundlegendes Ergebnis des Papers, was heute veröffentlicht wurde. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, eine schädliche Entscheidung zu treffen, nämlich mehr Schocks zu verabreichen. Es wird sehr... Also ich werde die Zahl der Schocks, die Sie kriegen oder die ich kriege, die sollte ungefähr gleich sein bei der Fairness. Aber letztendlich schneide ich besser ab. In der Studie, ich werde jetzt nicht in die technischen Details gehen, aber wir können mit Hilfe eines sehr einfachen mathematischen Modelles dann bewerten, wie viel Schmerz für mich und für Sie wert ist. Und wir nennen diesen Parameter K. Und wir können die Verteilung dieses Parameters, dieses Schadensparameters messen. Und wir sehen hier, dass meine Aversion Ihnen Schaden zuzufügen sehr viel höher ist, als die Aversion selbst Schaden zu erleiden. Oder um das noch einfacher zu formulieren, wenn es also eine gleiche Ausgangssituation gäbe, dann wäre das diese Linie, die wäre also absoluter Gleichstand. Und das sind übrigens alles die einzelnen Subjekte. Und Sie sehen, dass die meisten Versuchsteilnehmer tatsächlich den Zustand des Anderen für wichtiger befinden als den eigenen. Und in zwei Experimenten, in beiden Experimenten, wird also im Schnitt tatsächlich der Wert des Anderen höher bewertet als der eigene. Das heißt, hier agieren die Menschen nicht nur altruistisch, sondern hyperaltruistisch. Sie sind bereit, Schmerz auf sich zu nehmen und Geld zu verlieren, um den Schmerz eines Anderen zu verringern. Um jetzt zum Schluss zu kommen, möchte ich einmal über die drei Herausforderungen zum Unterlassen sprechen. Die Konformität ein sehr wichtiger Einflussfaktor, weil es uns dazu viel bringen kann, wirklich ganz so laut wie möglich zu klatschen für einen Diktator, der wirklich ein Tyrann ist, indem wir einfach der Masse folgen. Und man würde zwar sagen, dass das würdevollste hier wohl wäre, einfach nicht zu klatschen, aber die Konformität ist eine wirksame Hürde. Dann das Framing, die Einbettung. Das heißt, die Bewertung der möglichen Ergebnisse unseres Handelns oder Unterlassens, ob Gutes oder Schlechtes zu erwarten ist. Das ist eine große Herausforderung, sowohl für das Handeln als auch für das Nicht-Handeln. Dann Fairness und Ungleichheit. Die beiden letzten Experimente, die ich Ihnen gezeigt habe, gehen einfach dem Milgram-Experiment komplett entgegen, was ja nahegelegt hat, dass wir eigentlich nur einen ganz dünnen Firnis der Zivilisation mit uns herumtragen würden. Nein. Und wir haben eine tiefgehende Motivation, fair zu handeln. Und das macht es dann eben manchmal sehr schwer, Verhalten an den Tag zu legen, das eigentlich im Unterlassen besteht. Ich glaube, das ist häufig ein Grund gewesen, weshalb Kriege begonnen worden sind, auch aus einer Motivation der Erhaltung der Fairness heraus, aber die Konsequenzen des Handelns und des Unterlassens können wir nicht immer vorhersehen. Und damit möchte ich noch einmal UCL, dem Walker Trust, der Welcome Trust, der Max-Planck-Gesellschaft und der Einstein Foundation und hier einige der Personen, deren Experimente ich beschreiben durfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.